Hallo, das ist ein Video des FCS-Blogs zum Thema Stadion und weil ich nach einem kurzen, griffigen Titel gesucht habe, um dieses Thema einmal abzuhandeln, bin ich auf den Titel 5 Gründe, warum allen FCS-Fans das Thema Stadion zum Halse raushängt und warum keiner mehr an den guten Willen der Beteiligten glaubt. Willkommen! Und das ist der Titel dieses Videos. Punkt Nummer 1. Die ganze Stadionschose könnte eigentlich schon seit den 2000ern beendet sein. Denn damals wollte Hartmut Ostermann das Areal Ludwigspark kaufen für einen symbolischen Preis und selbst das neue Stadion bauen. Durfte er nicht. Damals gab es vielleicht gute Gründe für diese Entscheidung. Aus heutiger Sicht muss man sagen, da müsste ich jetzt auch dieses Video nicht machen und Stadtvertreter müssten keine peinlichen Pressekonferenzen geben. Punkt Nummer 2. Es gab ja schon mal 28 Millionen Euro, nämlich 2012. Damals hatten Stadt und Land genau diese Summe für die sogenannte große Lösung zugesagt. Im Endeffekt ist die große Lösung an den kleinen Parkplätzen gescheitert. Aber jetzt frage ich mich aus heutiger Sicht, wo es schon zweimal die Kostensteigerung gab, wo man jetzt bei 28 Millionen Euro ist, warum das so ein großes Thema ist. Das ist eigentlich schwer nachzuvollziehen. Denn es gab ja schon mal die 28 Millionen Euro. Punkt Nummer 3 ist unsere liebe Landeshauptstadt Saarbrücken, die ja die Bauherrin ist beim Großprojekt Ludwigsparkumbau und die meiner Meinung nach ein bisschen kurze Beine bekommen sollte, wenn sie sagt, dass sie keine Fehler gemacht hat. Fangen wir mal an. Man hat erst das Stadion abgerissen, hat dann schon die Ausschreibungen begonnen und komischerweise war erstmal in der Ausschreibung nur von zwei Tribünen die Rede. Und jetzt frage ich mich, man hat die Viktors-Tribüne übrig gelassen bei den Abrissarbeiten, müssen da nicht drei Tribünen hinkommen und warum hat man dann erstmal nur zwei ausgeschrieben? Und schon seit damals gibt es diese Gerüchte um die Hufeisenform des Stadions, was ja eine kostsparende Möglichkeit wäre beim Stadionumbau. Und jetzt auf einmal ist aufgefallen, dass es doch teurer werden sollte, obwohl man schon vorher die ganze Geschichte von Bauprojekten in der Landeshauptstadt hat, die teurer wurden. Und auf einmal tut man sehr überrascht und hat aber auch gar keine Fehler gemacht. Das ist ein wenig unglaubwürdig. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, redet man jetzt über den Baustopp, was für alle Beteiligten die schlechte Lösung ist, weil dann der 1. FC Saarbrücken noch länger in Völklingen spielt und weil irgendwie bei allen Beteiligten nicht so wirklich zu erkennen ist, dass sie eine Lösung wollen. Das bringt mich schon zu Punkt Nummer 4, zu unserem großen Grillmeister Klaus Bouillon, dem Innenminister, der sich jetzt in der Sache so ein wenig hervortut. Manche sagen, er betreibt eigentlich offenen Wahlkampf, der erstmal gesagt hat, dass das Land jetzt den Zuschuss nicht mehr geben kann, weil es nur noch drei statt vier Tribünen gibt. Von dieser Aussage ist er dann später abgewichen. Und trotzdem muss man sich mal fragen, lieber Klaus Bouillon, das Land gibt 75 Prozent der prognostizierten Stadionkosten von damals noch 20 Millionen Euro. 75 Prozent. Das Land ist außerdem im Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft, der bis vor sechs Monaten tatsächlich noch ein richtiger Aufsichtsrat war. Und wir sind außerdem noch im Saarland. Das Saarland ist ein Bundesland, in dem jeder jeden über drei Ecken kennt, in dem Informationen selten lange unter Verschluss bleiben. Und jetzt kommt dieser Klaus Bouillon und die Landesregierung, die kommen jetzt da hin und sagen, sie wussten nichts von dieser Kostensteigerung. Und sie waren davon überrascht. Ganz ehrlich gefragt, wie überrascht wart ihr wirklich, wenn ihr zu drei Vierteln das Projekt finanziert? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr wart sehr, sehr naiv oder euch wachsen auch sehr, sehr kurze Beine und lange Nasen. Und komischerweise will man jetzt, wo eigentlich das Geld von Hartmut Ostermann sehr gefragt wäre, nicht mehr Hartmut Ostermann drin haben, weil das aus rechtlichen Gründen nicht gehe. Hört sich auch ein bisschen unglaubwürdig an. Und Punkt Nummer fünf ist der emotionale Punkt, vielleicht aus meiner Sicht, denn es gibt jetzt wieder viel Helme, viel Spott gegen den 1. FC Saarbrücken und natürlich auch die Volksseele, die kocht in Laserbriefen und ist wütend und schäumt. Und Leute, ihr habt euch komplett den falschen Adressaten ausgesucht. Denn der 1. FC Saarbrücken und seine Fans sind in der Situation eben nicht die Leute, die es verkackt haben. Das sind die Leute, die am Ende mit den Folgen zurechtkommen müssen, die jetzt den 1. FC Saarbrücken vorerst nur in Völklingen sehen, die sich fragen, ob es hier wieder ein Stadion im Ludwigspark geben wird und die nicht mal wissen, ob wir in zwei, drei Jahren nicht vielleicht auf dem gleichen Niveau wie Borussia Neuenkirchen spielen oder Röchling Völklingen. Das war ein kurzer Einblick in die Gemütslage der FCS-Fans zum Stadionneubau und ich gehe jetzt zurück ins Internet und reg mich weiter darüber auf. Bis zum nächsten Mal.